Danke, Thomas, aber ich kann für mich alleine antworten, patzte ich ihn an und versank wieder in Gedanken. Stille. Unser verrückter Fahrer konzentrierte sich auf die Straßen. Es war staunlich, wie ruhig er das Fahrzeug steuerte, trotz Alkoholpegel. Karen war über ihre Reiselektüre eingeschlafen und Pierre? Pierre schlief ebenfalls. Ich versuchte erneut, den Zusammenhang zwischen mir und den vergangenen Stunden herzustellen. So hatte ich mir meinen ersten Auftrag nicht vorgestellt. Wo war die Normalität geblieben? Was würde mich erwarten? Zugegeben, Karen war hübsch, aber mehr als gute Kollegen war nie zwischen uns gewesen, zumindest aus meiner Sicht. Was war mit diesem verdammten Leon? Hatten sie sich getrennt? Warum rief er sie nicht an? Warum bat er mich nicht um Entschuldigung? Viele Fragen und auf keiner eine Antwort. Meine Augen verfolgten inzwischen mehr die Lichter, die nun aus dem Dunkeln auftauchten. Immer mehr wurden es. Immer mehr Autos kamen uns entgegen. Immer mehr Licht erreichte mein Auge. Und je mehr Leben auf uns zukam, desto unruhiger wurde ich. Würde Thomas es bis zum Bahnhof schaffen? Die Kontrollen waren seit letzten Sommer laut Bericht gestiegen. Augenblicklich schaute ich in den Rückspiegel, aber außer einem uralten Traktor und einigen winzigen Mantas sah ich nichts. Ich begann mich zu entspannen. Und wenn schon, was sollte schon passieren? Plötzlich war mir das Leben egal. Die Zukunft, die Vergangenheit. Ich war müde. Jordis ging es gut. Das mit Karen würde sich klären. Ich würde mit dir reden, die Jahre klarstellen, aufräumen, zeichnen. Wie früher, nur irgendwie anders. Sorry? Ruckartig hob ich meinen Kopf, blinzelte. War ich schon wieder eingeschlafen? Mein Kopf dröhnte, meine Augen brannten, mit ihnen mein ganzer Körper. W-was? murmelte ich und versuchte durch Zwinkern, mein Blickfeld wieder scharf zu stellen. Vergeblich. Etwas stimmte nicht. Etwas fehlte. Warum sah ich trotz offener Augen alles unscharf? Eine Hand von hinten stupste mich an. Ich versuchte, mich umzudrehen, wurde aber von etwas zurückgehalten. Was war denn nun los? Die Hand tippte mich noch einmal an. Langsam reichte es. Mein abgeklungener Ärger kochte wieder auf. Warum ich? Kann man nicht eine Minute mal warten? rief ich genervt. Abrupt hörte ich die Schiebetür aufgehen, dann schließen. Anschließend Stille. Resigniert schlug ich meinen Kopf gegen die Lehne. Wann war eigentlich mein letzter guter Tag gewesen? Hey, Blindfisch! Deine Brille! kam es von weit her und dann hörte ich wieder Schiebetüren. Verdammt, meine Brille! Es werde scharf! Gerade noch erhaschte ich einen Teil von Thomas' wild herumfuchtelnder Hand. Sei froh, dass ich dich geweckt habe und keine anderen. Jetzt komm, wir müssen los, dein Gepäck steht bereit, deine kaputte Brille, leg Pierre in den Koffer und nein, du musst dich nicht bedanken. Übrigens, Karen fühlt sich schuldig wegen der Bremsensache. Verzeih ihr doch, ich kann sie nicht so traurig sehen. Mein bösen Blick bekam er wohl nicht mehr mit, denn seine schnellen Schritte hallten auf einmal von allen Seiten in mein Ohr. Seit wann hatte der Kiefer Bahnhof eine Tiefgarage? Meine Zehen zuckten. Anscheinend war nicht nur ich eingeschlafen, sondern auch mein gesamter Körper. Draußen empfing mich eine noch erbarmungslosere Kälte als am Flughafen. Meine gerade warm gewordenen Gliedmaßen gefroren sofort. Selbst meine Haare schienen zu frieren, denn ich fühlte, wie sie einzeln und ganz langsam mein Nacken hinaufkrochen. Hätte ich doch bloß meine Mütze angezogen, wie auch immer. Es war zu spät. Ich war zu spät. Wenn ich einen Zahn zulegen würde, wäre ich eh gleich wieder im Warmen. Jedenfalls hoffte ich das. Wer wusste schon, ob in den ukrainischen Zügen nicht auch Glasfenster so zerspringfreudig waren. Eilig griff ich nach meinen Habseligkeiten und folgte den Fußstappen in Richtung Bahnhofsgebäude. Eine winkende Person wies mir dazu den Weg. Pierre hatte anscheinend kein Problem mit der Kälte, denn er wartete geduldig vor der Bahnhofstür und schien mich aufmerksam zu beobachten. Hey, miese Peter, bevor wir uns drei Monate lang ins Nirgendwo begegnen, schau dir doch zumindest mal die Fassade an. Er zeigte nach oben. Widerwillig folgte ich seinem Finger. Warum sollte ich jetzt in der Eiseskälte mir die architektonischen Wunderwerke einer sowjetischen Baugesellschaft anschauen? Es war selbst mir zu kalt. Die durchschnittlichen minus acht Grad waren schon lange passiert worden. Pierre musste wohl meinen Widerwillen spüren, denn er atmete leicht entnervt aus. Ach, du bist hier der Zeichner. Ich will dir doch nur mal zeigen, was du alles verweigern kannst. Bäume, Sträucher und Stahl kriegst du später noch genug. Ich denke, Heistopfen und Licht genauso, entgegnete ich ihm. Mag sein, aber keine doppelten Manns hohen Fenster und geschwungenen Dächer. Sogar nicht eine Prachtstraße wie die hinter dir, aber das ist deine Sache. Ich habe dir die Bilder für später auf. Er verzog lächelnd die Mundwinkel. Damit musste er seine Kamera meinen. Welcher wohl dabei hatte? Ist dir denn gar nicht kalt? Wechselte ich das Thema. Pierre schaute mich verwirrt an. Äh, nein, mich wundert, dass du komplett verfroren aussiehst. Es ist gerade mal ein wenig unter null Grad. Wehe, du wärst krank. Ich habe keine Lust, von einer einfachen Grippe hingerafft zu werden. So, und jetzt komm. Deine Stimme klang zusehend drängender. Die anderen warten nicht. Auch nicht auf einen zweiten Moni wie dich. Er packte meine Hand und zog mich in Richtung der Gleise. Was ist eigentlich zwischen dir und Karen los? Thomas hat dich so merkwürdig angeschaut im Bus. Dichtest du auch noch? Ich verzog das Gesicht zu einer Fratze. Pierre fing an zu lachen. Ach, ich verstehe, kompliziert wie immer. Ach, Junge, habe ich dich vermisst. Kaum hatte er das ausgesprochen, bekam ich einen freundlichen Nackenklatscher. Reflexartig zog ich die Schultern hoch. Lass das, rief ich gespielt genervt aus und rannte dem bereits fliehenden Rucksack hinterher. Sieh an, die zwei Kleinkinder kommen auch schon. Schön, dass wir mit euch fahren. Pierre streckte bloß Karen die Zunge heraus. Ich schaute weg. Keine Angriffsfläche mehr zeigen, ermahnte ich mich. Vielleicht ließ sie mich dann einfach in Ruhe, falls Thomas' Vermutungen stimmten, was ich immer noch nicht glauben sollte. Ich hoffe mal, keiner hat geplant, die Bremsen vom Zug auszutesten, scherzte ich. Ich erntete nur einen bösen Blick von Thomas. Irgendwie hatte ich vergessen, wie nachtrabend du warst, antwortete er achselzuckend. Aber wer weiß, vielleicht ist mein Onkel ja dieses Mal der Fahrer der Bahn, wäre der Einzige, der das noch könnte. Er lachte. Ich wandte mich von ihm ab. Er war zwar nur noch angetrunken und nicht mehr betrunken, aber so ganz verstand mein Ärger immer noch nicht. Nach einigen Minuten des Schweigens aller Mitreisenden fing ich an, unsere Gruppe zu beobachten. Neben Thomas, Karen, Pierre und mir standen noch drei andere Personen mit uns zusammen. Ich erinnerte mich dunkel in dem Schreiben, hatte etwas von Forscher, Übersetzer und zwei Fotografen gestanden, also musste einer von ihnen Pierres Kollege sein. Wer wohl? Die zwei Großen oder der Kleinere mit dem aschblonden Haar und dem haagren Gesicht? Ein leises Dröhnen durchzuckte plötzlich regelmäßig meinen Kopf. »Zukommt«, murmelte ich und drehte mich in Fahrtrichtung. Der Mann neben Karen holte etwas aus seinem Rucksack. »Die Tickets?« Das Dämmerlicht verhinderte jede nähere Betrachtung. Zu ungünstig war mein Blickfeld. Wer er wohl war? Ich sah an ihm weder eine Kamera noch Behältnisse für Forschungsmaterial, blieb also nur noch der Übersetzer. »Na mal schauen, wie langsam die Langsamkeit wirklich ist«, murmelte Thomas eher grießgrämig als gut gelaunt und trat an die Bahnsteigkante. Noch so eine Macke von ihm. Wenn er ausnüchterte, waren die Stimmungsausschläge ungefähr so groß wie die eines Seismografen bei einer Stärke von 7,0. Diesen Punkt auf der Skala hatte allerdings auch das Dröhnen erreicht, was mittlerweile eher einem lauten Kreischen ähnelte. Der Blonde rief etwas, doch sah ich nur, dass sich seine Lippen bewegten. Der Fahrtwind und das Bremsen der riesigen Diesellok verschluckte jedes andere Geräusch im Umkreis von mehreren hundert Metern. Sobald die Waggons standen, wobei vorher der Bremsvorgang seinen Zenit erreichte, drückte Thomas sich gegen die Schwere der Tür. Die zweite Frau rannte auf ein Bahn an Gestellten zu, der geradeaus auf die Kante herausgetreten war. Aufgeregt gestikulierend redete sie auf ihn ein, und ich beobachtete, wie er nur ab und an nicken konnte. Nach einigen Minuten, so schien es, drehte sie sich um, nickte höflich und kam lächelnd auf uns zu. Dann hielt sie ihren Daumen hoch. Koffer für Koffer wanderte nun in das gesonderte Abteil für Sperregepäck und Fahrräder. Ich wusste nicht, dass wir selbst mit Anhänger und Dach so viel Stauraum hatten. Karen schaute ungläubig auf die verschiedenen Gepäckstücke. Fühlt diese herrliche Beinfreiheit, tönte es überrascht aus dem Nachbarwaggon. Pierre hatte entscheidend, sich dazu entschieden, uns nicht mehr zu helfen. Der kleinere Blondschaft lachte leise im Gegensatz zu der jungen Frau. Die starrte uns beide nur böse an und antwortete grimmig. Doch außer sofort verstand ich nur zusammenhangslose Wörter, die für mich nicht den geringsten Sinn ergaben. Karen nickte nur müde neben mir, denn sie ahnte wohl, worauf dieses Gespräch hinauslaufen würde. Wir sollten alleine die Gepäckstücke tragen, zwar nur die fünf Meter lange Strecke, dennoch genug, um gute 60 Minuten später mit schmerzendem Rücken in die Sitze neben Pierre zu fallen. Der nicht nur tief schlief, sondern auch unglaublich enthusiastisch, den südamerikanischen Regenwald abholzte. Wenn jetzt Greenpeace hier wäre, die würden ihn garantiert wegen illegaler Rodung einbuchten lassen, witzelte Thomas und öffnete eine weitere Bierflasche. Das war Willkommen in der Todeszone Teil 4. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt selbst noch an Seenräuber Kapitel 2 mitentscheiden. Ihr könnt selbst entscheiden, wie die Geschichte weitergehen soll. Klickt einfach auf das Video, um euch das Kapitel anzuhören und am Schluss abzustimmen.